Hi und ganz herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder einen Vlog und zwar möchte ich euch eine Woche, also von Montag bis Freitag, mal mitnehmen. Wie bei mir so eine ganze Schulwoche abläuft, ist jetzt gerade schon 6.26 Uhr und ja, ich habe jetzt gerade schon gefrühstückt. Heute ist Montag, das habt ihr gerade schon gesehen und ja, ich werde mich jetzt einmal fertig machen, also Zähneputzen noch und ich werde mich dann später wieder melden und mein Unterricht beginnt 7.55 Uhr. Genau, bis später. So, ich werde jetzt mit Mara zur Schule fahren und ich würde sagen, ich möchte mich einfach später wieder. Es ist jetzt auch gerade schon 7.08 Uhr. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und es ist jetzt gerade schon 15.43 Uhr. Sorry, falls die Bildqualität ein bisschen schlecht ist, aber mein Rollo ist gerade unten, weil es draußen mal wieder zu warm ist und ja, ich bin wie gesagt vorhin gerade zu Hause angekommen. Hier liegt auch meine Schultasche. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich nochmal die Mappe packen für morgen und ich werde mich dann später wieder melden. Ich hatte heute an Fächern Chemie, Kunst, Französisch und Englisch. Ja, an alle sie es interessiert. Ich möchte mich dann später wieder, aber viel werde ich heute leider nicht mitfilmen, da ich später noch Training habe, also tanzen und ja, da kann ich logischerweise auch nicht mitfilmen. Genau. So Leute, es ist jetzt gerade schon 17.09 Uhr. Auf jeden Fall sorry nach wie vor für diese Qualität. Wie gesagt, das ist in meinem Zimmer dunkel. Auf jeden Fall gucke ich jetzt noch mal eine Serie und dann melde ich mich auch nochmal kurz bevor ich los muss zum Tanzen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Bis dann. So Leute, es ist jetzt 17.39 Uhr und ich werde jetzt einmal losfahren zum Tanztraining. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal nicht mehr melden und ich melde mich dann später wieder, wenn ich wieder zurück bin oder was weiß ich, wenn irgendwas Spannendes dann wieder passiert. Aber ich werde jetzt erstmal losfahren und deswegen bis später. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause momentan. 20.15 Uhr und ja, ich werde jetzt essen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das sind einfach angebratene Rotkohl mit Klößen und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall verspeisen. So Leute, ich melde mich jetzt wieder. Ihr habt davor eigentlich so gut wie gar nichts gesehen, nur als ich zur Schule gefahren bin mit dem Fahrrad und es ist jetzt gerade 15.08 Uhr. Ich hatte gerade Schulschluss bzw. ich hatte Unterrichtsschluss um 14.30 Uhr und ich bin gerade eben zu Hause angekommen und habe kurz noch was Kleines gegessen und ja, ich hatte heute Geo, PB, Physik, Basketball und zu guter Letzt dann noch 45 Minuten Biologie. Genau, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal meine Mappe packen und es ist draußen sowas von warm. 29 Grad sind es gerade draußen und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen entspannen. Also ich werde ein bisschen YouTube gucken und gucken, was ich so für Nachrichten bekommen habe und so weiter und sofort. Also sowas alles und ja, ich melde mich dann einfach später wieder, wenn etwas Spannenderes passiert. So Leute, ich habe mich jetzt an meinen Schreibtisch gesetzt, wie man hier so erkennen kann vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Mathehausaufgaben für morgen machen. Ich habe ja auch schon Hausaufgabe drüber geschrieben und ja, ich werde jetzt erstmal machen und sorry, falls es jetzt so dunkel ist. Es ist, wie gesagt, sehr warm draußen und deswegen ist mein Rollo halt unten. Und ja, ich werde jetzt erstmal die Hausaufgaben machen. Ich hoffe, dass ich die auf die Reihe bekomme und dann melde ich mich später wieder. So, ich habe jetzt meine Mathehausaufgaben gemacht. Es ist gerade 15.43 und ich werde jetzt meinen Schreibtisch hier mal aufräumen, weil ich brauche ja mein Mathezeug morgen in der Schule, für die Schule. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal eine Transition probieren. Ich räume das jetzt alles mal weg. Ich würde sagen, genau, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal wieder entspannen. Bei mir liegt heute nämlich auch sonst nichts an und ich würde sagen, ich melde mich einfach später wieder. Bis dann. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen gechillt. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Serie gucken, also weil ich vom Montag bis Freitag jeden Tag meine Serie gucke, wenn ich natürlich Zeit habe. Und das mache ich jetzt. Deswegen werde ich mich dann erst wieder in vielleicht einer Stunde, anderthalb Stunde oder so wieder melden. Bis dann. So Leute, es ist jetzt momentan 17.52 und ihr seht jetzt hier mein Abendbrot und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später wieder. Bis dann. So, ich chille gerade ein bisschen hier auf meinem Bett. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade schon 19.08. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade ein bisschen in die EM geguckt. Also ein Spiel, aber ich habe gerade irgendwie keine Lust mehr zu gucken. Deswegen habe ich jetzt meinen Fernseher erstmal ausgemacht. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen YouTube gucken, ein bisschen entspannen, vielleicht ein bisschen auf Insta chillen. An der Stelle checkt sehr gerne meine Social Media Seiten, TikTok und Instagram aus. Ich blende euch hier mal meinen Namen ein und ich verlinke euch auch nochmal meine Social Media Seiten unten in der Infobox. Auf jeden Fall werde ich jetzt, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen entspannen. Bei mir zum Abendbrot, das habt ihr ja gerade schon gesehen, was es gab. Es gab Fisch mit Kroketten und Gemüse. Genau. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt ein bisschen entspannen und dann bis später. So, mittlerweile ist es schon 20.30 Uhr und ich mache heute definitiv nicht mehr viel. Ich gucke gleich noch ein bisschen Fernsehen mit meiner Familie. Deswegen werde ich mich schon mal verabschieden und dann sehen wir uns sozusagen morgen wieder. Entegen, ich fahre jetzt zur Schule und guten Morgen auch erstmal. Ich habe mich nicht gemeldet. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich in der Schule heute melden werde, aber bis später. So, Leute, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen von der Schule. Es ist sehr, sehr warm draußen. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade 15.58 Uhr. Und ja, das sind meine Socken. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier gerade einen Snack gemacht und zwar sind das Äpfel, Naturjoghurt und ein bisschen Müsli. Genau. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal essen und ein bisschen entspannen. Mein Schultag war ziemlich chillig, wenn ich ehrlich bin. Also es ist ja auch schon Notenschluss, weil das ist jetzt unsere letzte richtige Schulwoche und ja, ich hatte heute trotzdem nochmal Unterricht und zwar hatte ich Französisch, Matze, dann hatte ich noch Sportunterricht und zu guter Letzt hatte ich dann auch noch W.A.T. oder Arbeitslehre, wie auch immer man das nennen möchte. Ich werde das jetzt auf jeden Fall erstmal aufessen und ich melde mich dann später wieder, wenn etwas Spannenderes passiert und ja, genau. So, es tut mir mega leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Mittlerweile ist es schon 17.13 Uhr und ich habe die ganze Zeit wirklich nur entspannt. Also ich habe echt nichts gemacht und jetzt habe ich meinen Fernseher angemacht und ich werde jetzt meine Serie gucken und dann werde ich mich nach der Serie dann wieder melden. ähm, ja, genau. So Leute, es ist jetzt 18.06 Uhr. Ja, meine Serie ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich werde jetzt nochmal meine Mappe packen, denn ich habe die einfach nur hingeschmissen, als ich gekommen bin. Ich zeige es euch mal kurz. Ja, so sieht es jetzt hier gerade nämlich aus. Ich muss noch meine ganze Mappe auspacken und mein Sportbottel muss ich auch nochmal auspacken. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal meine Mappe packen. Ich habe auch morgen hitzefrei, weil es wäre morgen über 30 Grad, glaube ich. Deswegen haben wir morgen um 11.20 Uhr Schluss. Also ich bin ziemlich früh zu Hause dann und deswegen habe ich auch nur zwei Blöcke. So Leute, ich habe mich jetzt kurzfristig dazu entschieden, doch noch die Wäsche abzunehmen, weil hier hängt Wäsche. Auf jeden Fall, sorry, falls irgendwelche Vögel im Hintergrund switchern. Wie gesagt, ich bin draußen. Ich glaube, man erkennt das auch. Auf jeden Fall würde ich sagen, melde ich mich dann später wieder. So Leute, ich habe jetzt schon vor einer Weile gegessen. Das ist jetzt momentan auch schon 19.42 Uhr. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bis zwei Workouts machen, weil ich habe irgendwie Motivation. Deswegen mache ich das jetzt auch und ich melde mich dann später einfach wieder. Guten Morgen, Leute. Auf ein Neues. Ich muss wieder mal zur Schule. Ich habe aber heute um 11.20 Uhr Schluss. Das heißt, ich bin kurz vor dem 12.00 Uhr zu Hause und ja, ich werde jetzt erst mal zur Schule fahren und dann melde ich mich später wieder. Mittlerweile ist auch schon 5.00 Uhr nach Siegen. Genau. So Leute, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Es ist jetzt gerade 12.00 Uhr auf jeden Fall habe ich jetzt gerade Mittag gegessen. Ihr habt gerade gesehen, also ihr habt gerade ein Bild eingeblendet gesehen, was es bei mir gab und zwar war das mal wieder Null mit Pesto und ja, ich bin jetzt wie gesagt zu Hause. Ich hatte heute einen sehr entspannten Tag. Ich hatte heute Geschichte. Da haben wir einen Film geguckt, ganz entspannt und dann hatte ich noch Informatik. Genau, also wirklich sehr, sehr entspannt. Auf jeden Fall ist es gerade sowas von warm draußen. Also ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal mein Zimmer ein bisschen aufräumen, weil ich habe hier so alle meine Klamotten gefüllt draufgeschmissen. Ich muss das unbedingt aufräumen. Deswegen mache ich das jetzt erst mal und ich melde mich dann einfach später wieder. Und es ist gerade auch schon exakt 14.00 Uhr. Ich habe jetzt ein bisschen entspannt und ich werde auch gleich noch entspannen, aber ich werde jetzt erst mal mein Laptop hochfahren, weil ich ein bisschen anfangen will, dieses Video hier, was ihr sozusagen seht, zu schneiden und ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt erst mal ein bisschen und ich melde mich dann später wieder. So, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Es ist jetzt 14.43 Uhr. Ich habe jetzt gerade hier eine Videodatei von meiner Kamera hier auf meinen Laptop gemacht. Ich schneide jetzt auch gerade schon ein bisschen das Video, also diesen Vlog sozusagen. Ja, hier seht ihr einen kleinen Einblick, wie das hier aussieht bei mir. Auf jeden Fall werde ich jetzt das noch ein bisschen weiter machen und ich melde mich dann später wieder, wenn ich fertig bin mit dem Schneiden oder wenn ich was esse oder was weiß ich. Irgendwie sowas in der Art. So, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Ich habe ein bisschen Video geschnitten. Tatsächlich gar nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe, aber egal. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen entspannt und war auch noch kurz draußen. Ich gucke jetzt in meine Serie. Ich melde mich dann später wieder, wenn die vorbei ist oder wenn es Abendbrot gibt. So, friends. Ich habe jetzt gerade Abendbrot gegessen. Mittlerweile ist es auch schon 20.30 Uhr und ich bin jetzt noch kurz ein bisschen draußen und es gab Pizza bei mir. Ihr seht jetzt mal hier das Bild eingeblendet, was ich gemacht habe. Und ja, ich melde mich dann später wieder. Aber viel wird heute nicht mehr passieren. So, mittlerweile ist es schon 21.12 Uhr. Ich glaube, man erkennt das nicht mehr wirklich. Auf jeden Fall werde ich heute wirklich nichts mehr machen. Ich werde auch schon in knapp einer Viertel bis halben Stunde ins Bett gehen. Also, ja, wie gesagt, es steht heute bei mir nichts mehr an. Ich werde jetzt noch ein bisschen YouTube gucken. Auf jeden Fall melde ich mich dann morgen wieder. Morgen ist dann auch der letzte Tag, wo ich dann vlogge. Und ich würde sagen, bis tomorrow. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zur Schule. Bis später. So, Leute. Mittlerweile ist es auch schon 11.51 Uhr. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich werde jetzt noch schnell meine Mappe auspacken. Es ist sowas von warm draußen und später fahren wir dann noch ins Schwimmbad beziehungsweise ins Freibad eher und ich werde deswegen auch nicht so viel vloggen können. Ich werde deswegen jetzt erst mal ein bisschen was zu essen fertig machen und dann melde ich mich später irgendwie wieder. Bis dann. Moin, Freunde. Es ist mittlerweile 14 Uhr. Kurz nach 14 Uhr. Wir werden jetzt losfahren ins Freibad. Das heißt, ich melde mich erst irgendwann später wieder heute. Und ja, ich würde sagen, bis später. So, Leute. Wir sind jetzt fast fertig. Also, ja, wir gehen jetzt so langsam mal raus aus dem Freibad. Deswegen ist hier auch gerade ein bisschen laut. Es ist gerade auch schon 19.03 Uhr. Wir dürfen also bis 20 Uhr, das ist das Freibad hier offen. Und ja, wir müssen aber noch einkaufen. Und dies, das und jenes. Deswegen melde ich mich später irgendwann wieder. Und ja, ich habe hier meine Bauchtasche. Genau. Auf jeden Fall ist es hier sehr entspannt. Ich kann nur nicht so viel zeigen, aber bis später. So, Leute. Mittlerweile bin ich jetzt wieder zu Hause. Und jetzt, ihr habt gerade noch einen Clip gesehen vom Einkaufen. Es ist mittlerweile auch schon 20.09 Uhr. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich Abendbrot machen. Und ich werde auch gleich erst mal reingehen. Und ja, ich melde mich dann später wieder, wenn etwas Spannendes passiert. Aber heute wird, wie gesagt, auch nicht mehr viel passieren, weil es war schon ein sehr anstrengender Tag. So, Leute. Mittlerweile ist es schon 21 Uhr. Und wir essen jetzt auf jeden Fall Abendbrot. Ihr seht jetzt hier ein Bild eingeblendet, was es bei mir gegeben hat. Das ist auf jeden Fall Schnitzel mit Pommes. Ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle von diesem Vlog verabschieden. Denn, wie gesagt, ich mache heute nichts mehr. Und es ist eigentlich unsinnig, jetzt da noch mitzufilmen. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem 5-Tage-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn dem so ist, zeige ich es mir sehr gerne mit einem fetten Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Abonniert diesen Kanal auch sehr gerne kostenlos, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!